Wir haben hier eine Strahung, die wir noch geladen haben. Ah ja, siehst du nicht so? Da habe ich gerade noch gehofft gesehen. Ja, ja, wir haben nicht gehofft. Nein. Wie hat sie das hier? Sie sind aber nicht stark. Die Männer sollten das hier. Ich war hinten am Boden, ich habe nicht so gesehen. Das ist jetzt schon ewig zu nehmen, oder? Mache ich mal ein. Das war jetzt genau, siehst du es. Ich habe hier auch noch das Kreuzelöffel. So, oder? Ah. Ja. 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 Aber jetzt bist du schon der Schreiber. Ja, du auch. Oh. Du hast mit dir den Telefoniert. Ja, genau. Ja. Du croisierst. Ja. Ja, ja. Ja, ja ja. Vorhand! Jetzt noch mal. Vorhand! Vorhand! Jetzt setzen wir ihn schon. Du hast schon gesehen. Dafür hält sie jetzt gerade schon. Ich möchte noch ein bisschen Schraube machen. Wenn er macht, ist er dort lang. Jetzt wird es dann wohl langsam. Jetzt sind wir noch relativ zügig. Jetzt wird es den letzten Meter zu lang. Ja, mehr, mehr holen. Oh ja, kalt! Ja, jetzt ist er noch so der Linie laufen. Ja, jetzt ist er noch so der Linie laufen. Jetzt leuen. Jetzt ist er noch so der Linie. Jetzt wird es ein paarVE, die ich schon mal sehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.